Wir alle kennen William Shakespeare, den berühmtesten Dichter, der je gelebt hat. Autor von 37 Blumenstücken und der Grund, weshalb wir heute hier sind. Was aber, wenn ich Ihnen sagte, Shakespeare schrieb kein einziges Wort. Das war's. Warum kann ich die Welt nicht ändern, nur mit Worten? Keines eurer Gedichte. Kein Bühnenstück wird je euren Namen tragen. Verspricht mir, dass ihr unser Geheimnis war. Verspricht mir, dass ihr euch seid. Untertitelung des ZDF, 2020